Ilse Paula Steppert war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Leben Ilse Steppert erhielt im Herbst 1933 ihr erstes Engagement am städtischen Theater von Reit. Es schlossen sich Auftritte in Düsseldorf, Osnabrück und Oldenburg an. 1937 wurde sie Mitglied des Assabels der Volksbühne Berlin, weitere Stationen waren das Alte Theater in Leipzig, das Meininger Theater und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg das Heppel-Theater in Berlin. Als 1947 mit Ehe im Schatten das Schicksal des Schauspielers Joachim Gottschalk verfilmt wurde, erhielt sie als jüdische Ehefrau auf Anhieb eine bedeutende Filmrolle. Zeitweilig war die Mimin auch als Synchronsprecherin im Einsatz und lieb beispielsweise Lana Turner in Die drei Musketiere ihre rauchige Stimme. In den 60er Jahren spielte Ilse Steppert in einigen Edgar-Wallace-Filmen mit, darunter Die Gruft mit dem Rätselschloss, Der unheimliche Mönch oder Die blaue Hand. Dadurch erlangte sie große Bekanntheit in Deutschland. Die einzige englischsprachige Rolle spielte Steppert im James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät. Bei dem ersten englischsprachigen Gespräch zwischen der Schauspielerin und dem Produzenten Albert R. Brokkoli verwechselte Steppert, verlobt, mit dem Wort, engagiert. Trotzdem bekam sie die Rolle der Handlangerin des Schurken Ernst Stavro Blofeld, auch weil Regisseur Peter R. Hund, die von Harry Salzmann eigentlich favorisierte griechische Schauspielerin Irene Papas für zu sympathisch hielt. Zwei Tage nach dem Kino-Start des Films in der Bundesrepublik im Dezember 1969 starb Ilse Steppert an einem Herzinfarkt. Ihr Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin. 1954 wurde Ilse Steppert, die mit dem Regisseur Max Nosek liiert war, mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet.